Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 323. Mein Name ist René Auserlein, Mitarbeiter Herr Basti. Gude und Grüße. Genau, wir sind heute in einer schnuckligen Zweierrunde. Die ganzen anderen Babsäcke und Babsäckinnen, man muss ja jetzt hier durchgendern, habe ich gelernt, sind heute leider abwesend. Von daher bleibt es an uns, reichlich viel Fußball zu besprechen von dieser Woche. Und da gab es ja einiges. Wenn wir mal die Woche zusammenfassen, zehn geschossene Tore, drei gefangene Tore, eine gelb-rote Karte und neun Punkte. Wenn man das mal so umrechnet in Liga, wenn wir mal das Hannover-Spiel da mit reinnehmen. Ich würde sagen, das war so alles in allem eine recht erfolgreiche Woche. Überragend, was ist erfolgreich? Das ist super. Ich schwäbe noch. Diese Rom-Euphorie hat sich bis mit Norhoffenheim getragen. Das ist echt. Überleg mal, wie schnell das ging. Überleg dir mal, vergleich mal Eintracht und Bayern. Also wir hatten hier die Diskussion in Hütter und es gab wirklich tatsächlich vom ersten Spieltag schon Hütter raus. Dann gab es in Gladbach die Niederlage. Während unser Ex-Trainer Kovac in München alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab. Zack. Zwei, drei Wochen kann sich alles sehr, 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 sehr drehen. Man hat das Gefühl, das ging jetzt recht flott. Aber wir sind, glaube ich, die Letzten, die sich darüber beschweren sollten. Ja, wir müssen an der Stelle natürlich auch nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch an alle die, die vor der Saison darauf gewettet haben, dass bei Frankfurt die erste Trainerentlassung der Saison stattfindet. Hat nicht funktioniert. Ja, schade, gell. Ja, das ist ein Thema, das hat mich auch so ein bisschen beschäftigt, weil man das ja nicht vergessen hat, wie Hütter was für einen schweren Start er hatte. Man hat aber mittlerweile das Gefühl, dass er seinen Anker immer tiefer hier in den Boden gelassen hat. Und dass das Schiff quasi jetzt nicht mehr ständig in Gefahr ist, irgendwie wegzuschwimmen. Also das ist... Naja, es war ja schon irgendwie kurz vor zwölf. Ja, also wir hatten es ja in unserem Spiegeltext vor dem Hannover-Spiel hatten wir ja schon gesagt, wenn du da nicht irgendwie mit einer deutlichen Nummer irgendwie durchfährst, dann werden natürlich die ganzen Unmutsbekundungen und Trainer-Herausrufe immer lauter. So, und wenn man sich natürlich jetzt die Woche anguckt, dann haben wir das Ruder ganz ordentlich rumgerissen. Also wenn man auf die Tabelle in der Liga guckt und die Tabelle in der Euroleague, dann haben wir Spiele gewonnen, die wir vorher nicht so gesehen hätten. Die anderen haben halt auch gepatzt. Also es ist schon mal erstmal nicht so verkehrt. Schön, dass du mit dem Ruder in meinem Bild drin bleibst, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass dieses Schiff auch immer stabiler wird. Und die Besatzung, musst du ja überlegen, die wechselt ja auch ständig. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir das mit allen Personalsorgen geschafft haben, diese neun Punkte. Also Alain war Stand zweimal in der Startelf. Du hast mit Russ, hat dreimal von Anfang an gespielt. Du hast sogar mit Vallett zusammen verteidigt gegen Rom. Als wir uns hier noch überlegt hatten, Vallett oder Russ, wurde die Antwort auf den Platz gegeben mit Vallett und Russ. Und du gewinnst da 4-1 gegen Rom. Was wirklich, weil das sind Sachen, die sprechen eben für den Trainer. Wenn er das hinkriegt, eine Systematik zu bilden, die immer noch meiner Meinung nach ein Kompromiss ist aus seinen Vorstellungen und den Umständen, die er hier vorfindet. Und dieser immer noch, dabei bleibe ich, holprigen Kaderplanung im Sommer. Und er hat es trotzdem geschafft, dass der Teamgeist besteht, obwohl er jetzt nicht der Typ Kovac ist. Er hat es geschafft, dass einigermaßen, zumindest teilweise erkennbar ist, was er vorhat. Ja, und dann haben wir halt natürlich noch den einen oder anderen Spielern, über den wir jetzt gleich nochmal detaillierter sprechen werden. Aber das ist schon geil. Ich bin echt sehr, sehr erleichtert, aber auch irgendwie ein bisschen euphorisiert zu sagen, okay, wir sind nämlich jetzt in der Situation, du hast die Hannover-Situation angesprochen, wo wir sagen, oh, da wird es vielleicht sogar eng und dann gibt es eben die ersten Verrückten, die einen Trainer herausfordern. Aber wir sind jetzt in der Situation, dass wir A, haben wir zwei Wochen Ruhe, B, das Programm ist nicht mehr so krass auf den ersten Blick. Das heißt natürlich nie was, weil wir wissen ja, wie schnell das gehen kann. Aber du hast jetzt nicht das Gefühl, sagen wir, die Eintracht spielt zu Hause gegen Düsseldorf nun entschieden. Dann schwimmt dieses Schiff nicht sofort wieder aufs freie, wilde Meer raus, sondern das ist trotzdem erstmal einigermaßen gesichert. Ich hatte das, glaube ich, um gleich, wenn nicht mein Monolog, sorry, ich hatte das mit meinen Freunden in der WhatsApp-Gruppe so besprochen, dass du das Gefühl hast, es kann gar nicht mehr so viel passieren, als dass wir nicht voller Euphorie nach Zypern reisen. Das heißt, diese Angst, die wir hatten, dass die Europa-League-Kampagne auch quasi so ein bisschen überschattet wird, die ist jetzt gar nicht mehr da. Weil selbst wenn die Eintracht in den nächsten drei Spielen nur noch drei Punkte holt, bist du immer noch nicht ganz hinten drin. Und du kannst eventuell sogar dann in Nicosia schon das Weiterkommen klar machen für das 16. Finale und weißt, dass du nächstes Jahr nochmal in den Europapokalreisen hast. Also hättest du mir das vor ein paar Wochen gesagt, hätte ich gesagt, wo soll ich unterschreiben, ich zahle gerne noch was drauf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr erleichtert und euphorisiert. Okay, das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe mich mit diesem, wer kommt wann weiter oder wer darf wann nochmal gar nicht mit beschäftigt. Das heißt, wenn du quasi über die Gruppenphase drüber kommst, dann bist du nächstes Jahr in der Quali, oder? Für Europapokal, oder bist du dann schon direkt wieder gesetzt? Ach, du meinst nächstes Jahr mit, nicht nächste Saison, sondern okay. Nein, nein, ich meine, dass wir überwintern in Europapokal. Nee, nee, wie ist das 16. Finale und wissen, dass wir quasi noch ein Spiel haben? Ja, 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 das, ja. Das meinte ich. Also das ist ja auch nicht zu unterschätzen, gerade bei der Gruppe. Weil als die Leute bei der Gruppe ausgerastet sind, dann ging es ja mit Sicherheit nicht darum, dass man sagt, oh geil, das schaffen wir, sondern das waren die attraktive Lose. Aber dass wir da wirklich Chancen aufs Weiterkommen haben, hat keiner gerechnet. Jetzt haben wir in Marseille gewonnen. Ich wollte gerade sagen, wir haben in Marseille gewonnen vor dieser Kulisse. Und Marseille hat ja jetzt gegen Nicosia auch nichts gerissen. Da haben sie sich ja auch quasi die Punkte nur geteilt. Und dann müssen wir jetzt zwangsläufig mal anfangen, über dieses Lazio-Spiel zu sprechen, vergangenen Donnerstag. Was ja mit einer grandiosen Choreo gestartet ist. Also ich war ja nicht live vor Ort im Stadion, weil es terminlich nicht gepasst hat. Aber ich hatte wirklich sowas von fiese Gänsehaut auf dem, als ich mir das am Fernseher angeschaut habe. Das war, hei, 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 hei. Also da hast du... Du hast es auch schon, du hast es auch vorm Spiel schon gemerkt, schon Tage vorher, weil die Situation mit Hannover wurde auch so ein bisschen befriedet und da konntest du voller Kapelle und voller Euphorie da reingehen. Das hat sich in den Tagen vorm Spiel im Freundeskreis schon hochgeschaukelt. An dem Tag dann auf dem Weg zum Stadion hast du es gemerkt. Und wie du es gesagt hast, mit der Choreo war es dann die endgültige letzte Bestätigung, dass heute irgendwas Magisches bevorsteht, weil die Stimmung, endlich muss ich auch mal sagen, weil das ist auch eine kleine Kritik an die Heimfans der letzten Spiele, endlich mal wieder so ist, wie man sich das vorstellt. Das war dauerhaft laut, das war euphorisch, das war, du hast allen Leuten Grüße in den 36er-Block, wo mittlerweile auch manchmal Leute rumstehen, die ich noch nie gesehen habe, die aber auch scheinbar gar keinen Bock haben zu singen. Das war diesmal nicht so. Du hast wirklich das Gefühl gehabt, jeder ist motiviert, das war endlich mal wieder einer von diesen Nächten. Und so ein bisschen hat es schon Ausblick gegeben, was vielleicht sich von dieser Stimmung auf den Platz übertragen kann. Und das ging ja dann auch schon echt gut los. Also bis der Funke von den Fans auf die Mannschaft übergesprungen ist, hat es nicht lange gedauert. Vielleicht einmal kurz zur Aufstellung, die ja doch durchaus war, du hast es schon angedeutet, Russ und Falet in der Innenverteidigung, also komplett die Aufstellung war ja schon durchaus sehr offensiv, mit einem Kostic und da Costa auf der Außenbahn, mit einem Gacinovic, de Guzman und Toro in der Mitte und vorne mit Halea und Jovic. Also das war schon so von der Einstellung her, so nach dem Motto, okay, wir geben hier heute nicht kampflos auf, wir wollen das Ding schon, wir wollen mal mindestens einen Punkt uns hier sicher einfahren oder euch zumindest mal ein paar Tore für die Tordifferenz irgendwie einschenken. Also das war schon eine Ansage. Ja, wie du sagst, das sind alles Sachen, die man vielleicht in einer größeren Perspektive betrachten muss. Stell dir mal vor, wir hätten wirklich gedacht, bevor die Saison losgeht, und ich hätte dir gesagt, hier René, wir spielen zu Hause gegen Lazio Rom, aber wir spielen mit Russo und Falet in der Innenverteidigung. Da hätte ich nicht viel Hoffnung gehabt. Da hätte ich gedacht, was ist denn das für eine Situation, ist alles am Arsch, Abraham weg, Salcedo weg, wir spielen auch noch gegen Lazio Rom zu Hause, haben noch Marseille in der Gruppe, das wird ja gar nichts, die Eintracht geht Baden. Ja nix, die Eintracht gewinnt dieses Ding 4-1. Ich wollte gerade sagen, auch noch deutlich, also was ja dann nicht nur eine Aussage ist, sondern dir halt am Ende auch in der Tordifferenz durchaus helfen kann, wenn du dir ein oder andere Wude da gemacht hast. Ja, ich weiß gar nicht, zählt direkt der Vergleich oder Torverhältnis eigentlich? Das ist eigentlich eine interessante Frage, ich weiß es gar nicht, weil das ändert sich auch irgendwie schnell nicht. Das ist eine gute Frage. Ist ja egal, ist ja für beide, für beide Punkte wäre es ja vom Vorteil, wie du es gesagt hast. Aber das ist schon krass, und da muss man vielleicht auch hier ein bisschen Abbitte leisten. Weil ich hätte Panik, ich gebe es ganz offen zu, ich hätte Panik geschoben, wenn ich vorher schon gewusst hätte, dass Russ und Fallett spielen, dann hätten wir eine Sendung aufgenommen, dann hätte ich gesagt, ach du lieber Himmel, Immobile freut sich jetzt schon und geht danach wahrscheinlich mit der ganzen Welt essen, weil er 50 Tore schießt. Und das ist nicht passiert. Man muss sagen, Russ hat diese drei Spiele alle von Anfang an als Kapitän bestritten, und er hat alle drei Spiele gut gespielt. Das ist diese magische Russ-Marke vielleicht, die wir hier schon immer genannt haben, dass er so drei bis fünf Spiele, kann man es verkraften. Ich hoffe nicht, dass sich das bewahrheitet, aber ich werde zugeben, und ich bin der Letzte, der das nicht gerne zugibt, wenn ich mich bei sowas getäuscht habe, weil davon profitiere ich ja indirekt als Fan auch. Russ hat das super gemacht, und Vallett auch, wie ich es erwartet hatte. Der kann nicht die beste Spieleöffnung, aber das war an dem Tag dann vielleicht auch gar nicht benötigt. Ich bin begeistert, wie Russ das angenommen hat, wie er sich nochmal hochgekämpft hat, und dass er wirklich dann noch ein ernstzunehmender Spieler ist. Das hätte ich nach diesen ganzen, nach seiner Erkrankung, nach seinen Aussagen auch, und nach allem, was man so gehört hat, dass er schon plant, in die USA zu gehen, und dass er vielleicht nach diesem ganzen Kram es nicht mehr schafft, dass er nochmal so krass das alles auf den Platz kriegt. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, und wäre selbst, wenn ich das gedacht hätte, immer bei der Person Russ skeptisch gewesen, ob er nochmal irgendwie eine getragene Rolle spielen kann. Jetzt hat er mich damit eines Besseren belehrt. Hoffe natürlich trotzdem, dass das keine Dauerlösung ist, sondern dass Abraham sich jetzt in der Länderspielpause wieder erholt, und dass er zumindest eine Option ist, dass du zumindest da durchwechseln kannst, und das ist für mich auch, gerade beim Thema Abwehr, eine wichtige Erkenntnis, dass Hütter es irgendwie gebacken kriegt, dass die Besetzung in der Abwehr ja fast egal ist, weil es funktioniert. Und das ist sehr, sehr, sehr bemerkenswert, finde ich. Ja, das stimmt. Also es war auf jeden Fall eine sehr kollektive Mannschaftsleistung da an diesem Donnerstag. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, es zählt erst direkter Vergleich und dann Tordifferenz. Da siehst du, das könnte wirklich wichtig werden, wenn wir nach Rom dann fahren, am 13.12. 1-3-1-2-Tag, Grüße, dass wir da dann eventuell sogar weiterkommen können mit einer, keine Ahnung, 2-0-Niederlage oder sonst irgendwas. Also das kann vielleicht noch wichtig werden, ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn wir über das Thema Abwehr noch gerade reden, muss man natürlich trotzdem auch nochmal über Kostic reden, der diese ungewohnte Rolle als Linksverteidiger auch überragend annimmt. Also das ist, da werden wir beim Hoffenheim-Spiel immer drauf kommen, das ist hervorragend. Also das ist Wahnsinn. Weil überleg dir, was alle Leute uns über Kostic erzählen wollten. Kostic kommt, steckt ja dran ab. Der spielt halt keine Mentalität, der kann nur mitschwimmen, wenn es eh gut läuft, bla bla bla. Also was wir hier gesehen haben, kann ich das alles nicht bestätigen. Ne, also er hängt sich definitiv rein, er läuft viele Strecken, er ist in der Abwehr präsent, er ist aber auch vorne da, was du ja auch bei dem Hoffenheim-Spiel, wo wir gleich nochmal dazukommen, auch gesehen hast. Also von daher, ich bin da ganz zufrieden mit, dass er da momentan auf links spielt. Weil so ein Wilhelms ist bei mir in der Gunst dann doch mit seinen zwei Platzverweisdingern da so ein bisschen gesunken. Und so viele Alternative haben wir ja dann sonst da auch nicht mehr. Ja, es beschneidet natürlich die Möglichkeit, also dir fehlt natürlich was in der Offensiv, auch wenn er dann Gerogen getroffen hat. Für mich wird auch das Virus auch keine Dauerlösung, aber ich bin begeistert, wie das situativ klappt. Also für die jetzige Situation funktioniert es halt einfach extrem gut. Genau, ich bin auch gerne bereit, das noch drei, vier Spiele zu akzeptieren. Natürlich kann das keine Dauerlösung sein, weil ich glaube auch nicht, dass das zu seiner großen Zufriedenheit beitragen wird. Und ich sehe einfach sein Potenzial weiter vorne. Das ist glaube ich aber auch klar, wie du es gesagt hast, das ist halt eine Sondersituation, weil wahrscheinlich Hütter auch nicht damit gerechnet hat, dass so Williams, über den können wir dann im Hoffenheim-Parlenteil nochmal sprechen, dass er sich so, dass er diese zwei Böcke macht und dass er auch unabhängig von den Platzverweisen nicht ganz da zu sein scheint irgendwie in der Saison. Diese Phase hat er unter Kovac auch mal. Ich hoffe, dass dieses Draußenbleiben in gewissen Situationen, weil in Hoffenheim war ja auch draußen und von Beginn an, dass das wieder zu demselben Lerneffekt führt, dann kann man es vielleicht noch darunter abhaken, dass er ein einigermaßen junger Spieler noch ist. Aber für den Preis und das Potenzial, was er auch schon angedeutet hat, auch in Holland schon, da muss mehr kommen. Und ich glaube trotzdem, da habe ich vielleicht eine unpopuläre Meinung aktuell, ich glaube trotzdem, dass das auch noch kommt. Und für mich ist er trotzdem weiterhin ein ganz, ganz wichtiger Baustein in dieser Mannschaft. und hoffe, dass er diese kleine Formkrise schnell übersteht. Und dann, um die Abwehr abzuschließen, müssen wir beide, glaube ich, auch noch ein Loblied auf Danny Da Costa singen, weil er war der entscheidende Mann an diesem Tag. Also der mit zwei Touren. Wie hat Felgenralle in der Live-Kommentierung bei der Zone so schön gesagt, als er angefangen hat zu spielen, musste er ihm erst mal erklären, wo der gegnerische Strafraum ist. Also allein dieses 1-0 nach einer Ecke wohlgemerkt. Also wir schießen ein Tor nach einer Standardsituation in der vierten Minute, wie er sich da durchwurschtelt und das Ding dann da einfach kompromisslos unter die Latte hämmert. Also huiuiui. Ja, das, also Danny Da Costa ist sowas auch wie der Spieler der Stunde, nicht nur wegen den zwei Toren, sondern auch, weil du weißt, okay, der arme Kerl, der wird wahrscheinlich wirklich bewusstlos unter Weihnachtsbaum zusammenbrechen, weil er wahrscheinlich jedes scheiß Spiel machen muss. Der spielt ja immer. Also der, das wird ja, Und er läuft aber auch immer. Ja, das ist es ja. Also der Typ ist ja, das ist ja nicht normal gerade. Ich bin auch gespannt, wie weit in den Herbst er das reintragen kann, weil irgendwann werden dann diese Spiele kommen und er ist eh ein Spieler, wo du immer Angst hast, dass er manchmal Konzentrationsfehler hat. In Hoffenheim hat er den einen oder anderen gehabt, aber auch, der manchmal das Spiel ein bisschen verschleppt. Ja, wo du aber auch Schiss hast, dass er mal irgendwie verletzungsmäßig, das war ja auch gegen Rom, wo er dann kurzzeitig dann irgendwie raus musste und sich den Knöten hat, dachte ich schon, super, jetzt ist der Nächste, aber nee, Zähne zusammengebissen, eine Ladung Eisspray drauf und wieder, und dann rennt er da wieder außen rum. Also, der macht echt momentan die Saison seines Lebens, also bis jetzt. Also der ist ja, wirklich, der ist noch, der hat auch noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Grüße an alle, die mich damals kritisiert haben, als ich immer gesagt habe, dass ich ihn vor Chandler sehe. Nee, also das war wirklich, also auf ihn kannst du momentan echt bauen, er ist einer der Fixsterne in diesem Team und das hätte wahrscheinlich vor der Saison auch keiner gedacht, weil du immer gedacht hast, das wird ein Wechselspiel zwischen Chandler und Acosta, die sind beide so auf einem Niveau und da ist es fast egal, wer spielt, dass er so einen Schritt nochmal macht, das ist super, das freut mich auch für ihn nach seiner langen Verletzung und nachdem es in Leverkusen nicht so geklappt hat und er diesen Hype, den er als Talent mal hatte, nicht ganz irgendwie folgen konnte, dass er sich trotzdem nicht hat hängen lassen, so wie andere Spieler, sondern dass er es durchgezogen hat. Ich bin sehr, 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 sehr froh, dass er da ist, weil ihn kannst du ja auch quasi eigentlich nicht rausnehmen, weil dann wäre wahrscheinlich die Lösung, die Hütter wählen würde, dass er Kacinovic dahin stellt, so wie Kostetschlings. Das würde mir da nicht so gut gefallen. Also klopfe ich jetzt hier mal auf meine Couch, das war nicht aus Holz, aber ich hoffe, dass er bis zum Winter durchhält und dass er Eintracht ihm den Urlaub bezahlt, den er dann macht, weil der wird wahrscheinlich ein Mittelspieler sein, der die meisten Einsatzminuten bis zum Winter haben wird. Auf einer Position, wo du nicht wenig läufst, Urgemerkt, also. Auf einer Position, wo nicht wenig läuft und eine Position, die eigentlich in allen Spielensystemen auch immer eine sehr wichtige ist. Also von daher ist das schon gut, dass wir ihn da haben. So, jetzt müssen wir mal kurz über den Spielfeld auf. Wir haben das frühe Tor gemacht, dann gab es den Ausgleich von Rom, da fand ich, haben wir uns so ein bisschen hinten rein drängen lassen, haben wir so ein bisschen die Konzentration vermissen lassen, aber dann gab es ja auch relativ schnell schon die Antwort von eben angesprochenem Kostic, der ja eigentlich aber auch nur zum Zuge kommt, weil Gacinovic halt blöd irgendwie an dem Ball da vorbeitritt. Ansonsten wäre das Ding ja schon vorher quasi drinnen gewesen. Wobei man auch sagen muss, er ist halt auch zur richtigen Stelle am richtigen Ort. Zur richtigen Stelle am richtigen Ort. Zur richtigen Stelle am richtigen Ort. Mein Gott! Ich blabber ein Mist zusammen. Ja, und zur richtigen Zeit war er da auch noch. Ja, also das Ding, für mich ist das 1-1 trotzdem irregular gewesen, weil das Nanspiel vorher war. Gibt ja kein Videobeweis. Hab es geschafft, nicht zu twittern. Grüße an mich. Dann, ja, dieses 2-1 war auch ganz wichtig, glaube ich. Ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen, weil ich glaube, wenn Rom, die Mannschaft war qualitativ viel hochwertiger als unsere, da braucht man sich nichts vormachen. Wenn die dann nicht quasi nochmal geärgert worden wären, dann wären die vielleicht auch in dieses Spiel noch mehr reingekommen. Ich glaube, du hast Felgenrall erwähnt, der hat es, glaube ich, während der Übertragung auch nochmal gesagt, dass so ein bisschen die Eintracht, ja, Rom wieder ein bisschen reinkommen hat lassen, aber ich, so ein bisschen, liegt das natürlich auch an der Qualität. Also so eine Mannschaft wie Rom kannst du dann als Eintracht Frankfurt, machen wir uns nichts vor, dann kannst du nicht komplett ausschalten. Da brauchst du dann halt auch dieses Spielglück, dass dieses Ding dann da als Gacinovic den so umständlich annimmt und dann doch wieder zurückspielt und dass Kocic da steht, das ist bis zu einem gewissen Grad auch Glück einfach und dass er den reinhaut, hat mich für ihn besonders gefreut. Das ist dann aber das, was dieses Spiel dann einfach wieder an diese richtige Bahn lenkt, wo du dann einfach auch mal Glück haben musst. Das fand ich ganz gut. Kurze Randbemerkung dazu, ich fand Uli Hebel und Felgenreil haben das Spiel auch überragend kommentiert. Also das muss ich sagen, das war schon was anderes. Ich habe mir das nochmal real life angeguckt, weil Uli Hebel auch Grüße extra für mich eingebaut hat an einer Stelle. Habe ich mir das nochmal alles angeschaut und Grüße an der Stelle auch an ihn. Ja, ich fand es auch. Das ist schon besser. Auch wie Hagemann und Steffen Freund sich gefreut haben über die Stimmung und so. Das ist für mich eine normale Fußballübertragung. Ja. Dass ich da keinen Mann sitzen sehe, der irgendwie da mit einer Hebebühne reingebracht wird und sich nur noch aufregt über irgendwelche dubiosen Sachen. Ja, da möchte ich an der Stelle auch nochmal anmerken, es gab ja dann, es war glaube ich zum Beginn der zweiten Halbzeit, die Pyro-Geschichte, oder? Ja. Die haben sie im Fernsehen leider nicht gezeigt, oder ich habe es zumindest in dem Moment nicht mitgekriegt, wo sie auch das Thema ganz unaufgeregt kommentieren. Also Uli Hebel auch sagt, meine Sache ist es nicht, ich brauche es nicht, aber nicht irgendwie wieder so getan, als wenn jetzt irgendwie 43 Hundewelpen in so einen Gartenhäcksler gesteckt werden. Ja? Mein Umgang tut dir nicht gut. Ja, vom Alkohol ganz so spannend. 43 Hundewelpen in den Gartenhäcksler ist nicht. Ja, aber dann tun die ja so, als wenn da irgendwie was war. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Marodierende Horden irgendwie durch das Stadion ziehen. Das ist mir auch aufgefallen. Also das ist genau das, das ist genau dieser Umgang, das muss ja, keiner erwartet von einem Kommentator, dass er das feiert oder gut findet, sondern man kann auch akzeptieren und sagt, meine Sache ist es nicht, will ich den überzeugen, sag, nee, ist geil, nein. Aber genau, was du gesagt hast, dann ist wenigstens, gebietet es einfach, eine normale Diskussionsgrundlage zu haben, okay, ich dramatisiere es aber auch nicht in diese Richtung, dass die komplette Diskussionsgrundlage komplett weg ist, weil eine findet es gut, der andere findet es nicht gut, der eine hat natürlich berechtigte Einwände wegen der Sicherheit, der andere sagt, ja, aber es gibt schlimmere Dinge, bla bla bla, aber wie du sagst, wenn man dann gleich von Pyro-Randale und Straftaten und alle Stadionverbot redet, dann wird sich das nie aufklären und dann wird das für die Leute, die bewusst stören wollen, auch viel, viel interessanter, das verstehen ja die meisten auch nicht, dass die mit ihrer Empörung eigentlich dafür sorgen, dass das an gewissen Stellen sogar noch schlimmer wird, weil die Leute merken, dass es geil funktioniert und ja, fand ich auch wichtig, allgemein, wie gesagt, Grüße nochmal an Uli Hebel, ich habe mich auch vor dem Spiel mit ihm getroffen, was auch für ihn spricht, dass er sich Informationen von uns abholt, sag ich mal und nicht nur irgendwie offiziell und ja, das hast du im Kommentar auch gemerkt, finde ich, also es war eine runde Sache, das konnte man sich gut real life nochmal anschauen, das Spiel hat es natürlich auch hergegeben, sich das nochmal anzuschauen, weil wir kommen ja dann chronologisch weiter auch zum 3-1, das war der Deckel und das Highlight des Spiels. Ja, erstmal kommen wir chronologisch zu der gelb-roten Karte für Rom, da war, war es Basta? Basta Red. Ja, Basta Gelbred. Basta Gelbred ist ein guter Sendungstitel. In der, hier was war es, 48. Minute, also quasi pünktlich mit dem Pausenfiff durfte er drei Sekunden früher vom Platz, war halt auch selten dämlich. Ja, Grüße an andere Spieler, die das in anderen Spielen machen. Ja, genau und dann das 3-1 von Jovic, der das natürlich auch überragend macht, den Ball da so über den herauseilenden Torhüter da drüber zu heben, einfach mal aufs Recht. Haller wieder, also das ist... Ja, Haller, wie er generell auch, wie er die Dinger da durchkämpft. Ja, also der, was der auch an Ballverteilung da vorne macht, wie der sich da, wenn du siehst, wie der sich mit seinen 2-Meter-Irgendwas dann da in die Kretsche rein und quasi im Rutschen schon wieder aufsteht, guckt, wo der Spieler steht und den Ball da drüber spielt. Also, heu, ja, da grüße ich auch alle Leute. Da grüße ich auch, wie bei der Costa noch mal alle Leute, die das nicht verstanden haben, dass ich ihn immer gefeiert habe. Grüße. Und grüße an der Stelle auch noch mal an Moritz, der uns den Hinweis geschickt hat, dass man, wie man Haller ausspricht, uns ist es bewusst, dass wir das nicht richtig machen, aber es ist unserem Strich auch scheißegal. Wie soll es denn richtig sein? Ich habe es jetzt hier nicht auf dem Soundboard, aber mit französischem Accent de Sébastien, Aller. Ja, ist mir wurscht. Haller. So viel Zeit habe ich hier nicht. Wir sind Hessen und keine Franzosen. Eben, Haller, Haller, Haller. Genau, 3-1, Jovic, wichtig. Und das war Jovic, das ist feiner Fuß. Feiner Fuß. War auch nicht mal sein richtiger Fuß. Also, das muss man schon mal, das muss man erst mal so machen. Haller und Jovic, Leute, geiler Sturm. und Jovic auch. Hebit, Kostic, Haller, Jovic, da werden sich, ja, sagen wir mal, 60 Prozent der Bundesligisten würden sich da die Finger nachlecken. Darf man nicht vergessen, dass das wirklich eine Waffe der Eintracht ist. Jovic hat in den letzten Spielen immer getroffen. Ja, hat auch gar nicht mehr von Anfang an gespielt. Kam rein, meckert noch nicht, Gott sei Dank, knallt die Dinger trotzdem rein, Marcel, das Ding ist auch geil gemacht. Pant, zack, trocken, bumm. Dann lüpft da dieses Teil jetzt rein und, ja, das ist schon gut. Den Mannschaftsteil, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, können wir aber beim 4-1 wieder aufgreifen, weil da ein paar von denen beteiligt waren. Das war ja so ein bisschen Kuddelmuddel. Das war mehr als Kuddelmuddel. Ja, aber auf jeden Fall, das fand ich auch eine sehr, wie soll ich sagen, zumindest am Anfang auch eine interessante Variante, diese Nummer da im Mittelfeld. Also du hast im Mittelfeld, ähnlich wie in der Abwehr, auch immer wechselnde Konstellationen. Ja. Und das war jetzt zwangsweise, weil Alain konntest du ja nicht nominieren. Den konntest du ja nicht, genau. Und du musst einfach, man muss einfach sagen, da komme ich nochmal zum Trainer. Das ist momentan fast, natürlich auf ein paar Schlüsselpositionen nicht, aber momentan ist es fast egal, wer spielt. Die Nummer läuft trotzdem. Ja. Klar, der Gussmann ist vielleicht einer und auch Hasebe, Leute. Also Hasebe hat sich halt auch wieder in die Mannschaft gekämpft. Da haben wir ja im letzten Jahr schon gesagt, der spielt quasi die Saison seines Lebens. Der scheint jetzt irgendwie nochmal einen Anlauf zu nehmen und zu versuchen, da nochmal irgendwie eine Schippe draufzulegen, gefühlt. Der Gussmann ist für mich der sehr, sehr wichtige und entscheidende Mann da im Mittelfeld für die Standards, aber der halt auch einfach die Pässe dann spielen kann. Also das sind halt schon einfach zwei wichtige Menschen. Ich war trotzdem etwas verwirrt, als ich dann da hinguckte und sah, dass er dann Stendera in der 87. einwechselt, weil ich hätte mit irgendwie allem gewechselt, aber dass Stendera da irgendwie nochmal rein kann und der hat ja auch nochmal richtig Gas gegeben. Also der wollte ja auch nochmal. Ja, ist krass. Also du, also wie gesagt, der Gussmann scheint sich wirklich auch so ein bisschen mit Hasebe, ja gut, Hasebe, der geht ja dann auch wieder ein bisschen mehr mit zurück, aber trotzdem hüpft er damit rum. Also was Hasebe abgerissen hat, dort auch, und gegen Hoffenheim auch, das ist auch nicht normal. Und da bin ich auch froh, dass Hitler, und das spricht auch für ihn, dass er den Fehler einfach korrigiert hat. Er hat am Anfang nicht den Kader genommen, dann sat er auf der Bank, weil er sagte, bla bla bla, hat aber gemerkt, okay, an der einen oder anderen Stelle fehlt vielleicht so ein bisschen die Ruhe. Bei seinem Fußball ist vielleicht diese Ruhe gar nicht vorgesehen, aber er merkt, okay, es dauert vielleicht einfach ein bisschen länger, diese Transformation. Und es ist mir egal, ich bin da nicht zu stolz, sondern ich nehme ihn wieder rein und mache ihn zu einem entscheidenden Faktor. Und da geht die Stendera ja auch rein. Also das war ja dieses Ding, ja, alle haben gesagt, es wird wahrscheinlich nichts. Das ist aber, das finde ich ein wichtiges Zeichen für jeden Spieler auch, dass du egal, was du machst, dass du es trotzdem, wenn du dich anstrengst, und Alan ist ja gegen Hannover auch nur dadurch in der Startelf gelandet, weil er gut trainiert hat. Und das ist ein wichtiges Zeichen für eine Mannschaft auch, weil dann die Motivation hochgehalten wird. Wenn du Spieler hast, wie unter Fee manchmal, wo immer dieselben 13 wissen, dass sie spielen, jo, dann brauchst du ja dann auch irgendwann dich nicht mehr komplett motivieren. Wo ich dann jetzt natürlich, und das ist ein trauriges Thema fast schon, bei Toro Lande, wo man ja nach dem Spiel erst erfahren hat, was ihm widerfahren ist mit dem Tod seines Bruders. Was der dann, das ist die Leistung, die er dann gelegt hat, das macht die ja noch mal kranker. Also sorry, das ist ja... Ja, dass er überhaupt vor dem Spiel hingegangen ist und das quasi dem Trainer sagt, aber dann auch sagt, im gleichen Atemzug, so mehr oder weniger, aber ich will das Spiel noch mitnehmen. Also das ist schon, das sind Rahmenbedingungen, der hätte, dann musst du natürlich die Leistung noch mal ganz anders bewerten, dann hast du schon richtig. Ich habe gerade eben mal nachgeguckt, wie wir gerade eben bei Hasebe waren, 82% Passquote, 100% Zweikampfquote gegen Lazio Rom, also das musst du natürlich auch erstmal irgendwie hinkriegen. Das ist schon Wahnsinn und das ist, ich finde, dass auch Toro einer derjenigen ist, der sich mit de Guzman im Mittelfeld zu so einer Säule bilden könnte, weil er, klar, wir waren alle nicht zufrieden mit der Besetzung des zentralen Mittelfelds, aber jetzt ist es so und unter den Umständen ist Toro und de Guzman schon okay, weil er gewinnt immer mehr Sicherheit, er hat eine große Lufthoheit, was manchmal in dieser Zentrale auch nicht wichtig ist und de Guzman scheint sich zumindest ab und zu so ein bisschen zu beruhigen, dass er wirklich klare und kluge Bälle spielt. Also er ist so ein bisschen in dem, unter der Beobachtungsstufe der Antiga Cinovic, also so ein bisschen nicht krass überhastet, nichts unfassbar spektakulär, ist nicht unfassbar schnell, aber der gibt dem Spiel an gewissen Stellen eine einigermaßen kluge Struktur. Natürlich dürfen wir uns jetzt nach den neuen Punkten auch nicht in den Rausch reden, weil es ist noch viel, viel Stückwerk auch dabei, gerade in diesem Mittelfeld. Also das ist wirklich, das wird noch dauern, glaube ich, und ich weiß gar nicht, ob das Spielmaterial in der Zentrale ausreicht, um das dauerhaft auf ganz hohem Niveau abzuliefern, aber momentan funktioniert es. Es wird viel mit Mentalität, viel, mit Improvisationen auch wettgemacht und es funktioniert gerade. Das ist natürlich trotzdem nichts Langfristiges. Du kannst nicht eigentlich, du kannst keine ganze Bundesliga-Saison mit Spielern wie Russ, Valet, Alain, das geht nicht eigentlich. Also das ist gut, wenn die vielleicht von der Bank kommen und wenn die Leute ersetzen, die den Stahl sind, aber eigentlich geht das nicht. aber trotzdem, Agacinovic war an den Tag auch leicht verbessert und Haller und Jovic haben wir schon erwähnt. Also das war einfach, ohne das jetzt immer zu rational zu sehen, das war einer dieser magischen Frankfurter Nächte, die wir ganz, ganz lange nicht vergessen werden. Also so euphorisiert im Stahl und danach war ich ganz, ganz lange nicht, weil das war so schön einfach. Diese Stimmung, die Leute haben sich alle gefreut. du hast diese Momente, die du dir nach dem Pokalsieg nicht hast träumen lassen, sind jetzt da, das Flutlicht, das Wetter war noch einigermaßen gut, der Gegner ist ein guter Name mit geilen Spielern, die du mal gerne sehen willst und du gewinnst 4 zu 1 zu Hause. Ja Leute, an alle Leute, die das nicht genug genossen haben, Leute, viel, viel mehr wird als Eintracht-Fan nicht kommen, außer als ein Pokalsieg und solche Sachen. Also wir sind gerade, Leute, alle Körperöffnungen aufmachen und aufsaugen. Also es ist so, weil viel krass geilere Sachen werden nicht kommen und es werden auch wieder Täler kommen. Deswegen gilt es, gerade als Eintracht-Fan, wirklich diesen Situationen mit Pokalsieg, der damit verbunden an Europa-League-Teilnahme und diesen Nächten das aufsaugen und mit aller Euphorie nach Zypern reisen und mit, keine Ahnung, 20.000 nach Rom und da wirklich die Hütte abreißen, wenn wir uns da qualifizieren. Stimmung war übrigens nicht nur im Stadion gut. Ich habe es ja am Fernseher verfolgt und ich hatte die kleine Schwierigkeit, dass ich nicht laut jubelnd, brüllend durchs Wohnzimmer hüpfen konnte, weil das Kind am Schlafen war und daher musste ich leise jubeln und habe mir dabei so leicht die Schulter verdreht. René ist in mir meinen Verletzten zu begleiten. René hat sich beim Fernsehjubel schlitzt. Ja. Das war gar nicht so ungefährlich. Zu Hause passieren die meisten Unfälle, man muss immer daran denken. Jetzt muss man natürlich auch noch sagen, dass das Ganze auch in Summe noch so ein bisschen dadurch begünstigt wurde, dass Rom ab der 60. Minute dann halt auch nur noch zu neunt da auf diesem Feld unterwegs war nach einer glattroten Karte für Corera oder Correa. Wobei ich sagen muss, da hat man schon so ein bisschen Glück, weil für mich war das keine glattrote Karte. Also wenn das andersrum gewesen hätte ich mich arg beschwert. So krass. Klar ist es technisch gesehen von hinten, aber so krass. Ich würde sagen, er rutscht da von hinten rein und er hat vielleicht auch so ein bisschen die Sohle da offen und er haut ihm halt, aber er haut ihm halt eigentlich auch nur auf den Fuß. Er trifft ja nicht am Knöchle oder nichts, sondern er haut ihm von oben auf den Fuß. Das tut weh, aber an der Stelle ich weiß es nicht. Ja, du hast schon recht. Das ist der einzige Grund, warum man das vielleicht als rote Karte dann durchgehen lassen kann, ist, dass du ihn einfach für Dummheit vom Platz stellst, weil der Vorsatz vielleicht dann dumm ist, von hinten jemanden umzugrischen, dass es dann in der Ausführung gar nicht so krass war, ist dann so, aber für mich war es auch keine rote Karte. Ja, also das hat, glaube ich, auch so ziemlich jeder so gesehen, aber gut. Uns hat es sicherlich nicht geschadet, dass dann nach dem 3-1 kurz danach dann im Versuch da wieder was zu reißen dann die rote Karte noch dazu kam. Ich glaube, das hat das ganze Thema noch so ein bisschen begünstigt, aber trotzdem hatten wir vorher drei Tore gemacht und das ist das ausschlaggebende. Also wie gesagt, Leute, aufsaugen, genießen, weil das ist, das ist natürlich nicht auf einer Stufe mit dem Pokalfinale, aber das ist trotzdem einer der Nächte, wo wir, glaube ich, werden wir in drei Jahren aufnehmen und dann so irgendwas ändern. Das sind trotzdem Sachen, an die man sich erinnern wird, weil wir werden wahrscheinlich leider nicht so oft zu Hause in Lanzierung spielen und 4-1 gewinnen. Zu Hause spielen vielleicht schon nochmal, aber 4-1 gewinnen nochmal, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Gut, ich glaube, damit können wir Europa auch erstmal ein bisschen beiseite stellen. Und dann war ja noch ein Ligaspiel, über das wir sprechen müssen und wir merken uns nochmal, Rom, zwei rote Karten, Aussage von einem Trainer im Vorfeld war, naja, wenn man so eine rote Karte bekommt oder so eine gelb-rote Karte, dann ist vor allem ja das Spiel gegessen und dann hört man ja quasi auf, ne, behalten wir mal kurz im Hinterkopf. Dann waren wir am Sonntag in Hoffenheim, du hast hoffentlich das ganze Spiel über deinen Mundschutz getragen, nicht, dass es hier noch zu irgendwelchen Anzeigen oder anderen Dingen kommt. Ich habe meinen Mundschutz nicht tragen müssen, weil es kam von, zumindest von Frankfurter Seite, das muss ich jetzt hier mal erwähnen, zu keinem eisigen Schmähgesang Richtung dieses Ehrenmannes, der so viel für die Menschheit getan hat, Altenhilfe, Sozialhilfe, Krankenhilfe, Dietmar Hopp, es gab nicht einen Schmähgesang, im Gegenzug gab es aber verabscheuungswürdige Gesten beim Tor von Ante Rebic, hast du das gesehen, lieber René? Die Dame, die quasi... Da ist eine Dame im Publikum und hat Ante Rebic den Daumen nach unten gezeigt, als er das Tor bejubelt hat und wie David von 390 schon zu Recht anmerkte, das ist eine Geste, die damals bei Gladiatoren zu verstehen gab, dass jetzt bitte dieser Gladiator sterben muss. Also ist das für mich, ist das eigentlich ein Tötungsaufruf gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich hoffe, dass da DFB und alle einschreiten. Blau-Weiß-Mittelstadt-Präsident Peter König hat auch schon Solidaritäts- Pressemitteilung rausgegeben. Also das ist durch nichts zu entschuldigen und ich hoffe wirklich, dass da Konsequenzen gibt, weil einen Daumen nach unten zeigen, das geht nun wirklich nicht. Ja, du hast es gerade eben schon angesprochen, Rebic mit dem Führungstreffer für die Eintracht, nachdem wir, wie man schon ein bisschen sagen muss, so ein bisschen den Fußball-Glücksgott auf unserer Seite hatten. Also die Dinger, ich erinnere. Ja, kurze Technik, also aufstellungstechnisch, in Dicke ist für Falett wieder reingerutscht, Fernandes und Alain wieder im Mittelfeld. Toro natürlich nicht gespielt, verständlich, Giacinovic ist für Alain gewichen und vorne ist Rebic wieder rein für Alain. Der auch wirklich eine Spielpause gebraucht hat, kann man auch sagen. Genau, weil ich gerade sage, er braucht auch mal eine Pause. Der einzige, der da wirklich komplett abgefallen ist, ist Alain, der ist ja dann glaube ich auch in der Halbzeit schon ausgewechselt worden. Ich meine, ja, genau. Und, ja, und ansonsten, Da Costa hast du so ein bisschen angemerkt, dass er ein paar Körner lässt, aber das war jetzt auch nicht dramatisch, also das war eigentlich von allen eine solide Leistung, aber wie du es schon gesagt hast, das ist für mich die Überschrift dieses Spiels, das ist endlich mal ein Spiel, wo ich auswärts hingefahren bin und ich erinnere mich an das Spiel in Hoffenheim, wo wir kurz auf Schluss den Ausgleich kassiert haben und Pech hatten, weil wir da eigentlich besser waren. Oder in Dortmund, dieses Ding, dann 3-2-Batschwey oder bla bla bla. Das war echt mal ein Spiel, wo einfach die Eintracht, und man muss es so platt sagen, auch Glück hatte. Also Hoffenheim hatte ja diese zwei ganz kuriosen Lattenzehnungen da, wo ich fast einen Herzinfarkt gekriegt hätte. Dieses eine Ding, wo Trapp das Ding irgendwie rausfischt, gegen die Latte, und dann habe ich noch gedacht, irgendwie Fernandes, der da ja auf der Linie steht, jetzt haut er das Ding irgendwie gleich blöd mit dem Knie rein, oder jetzt ist noch irgendwie Handspiel, weil er blöd irgendwie springt, und dann haut er das Ding da noch weg, also das waren ja Herzinfarkt-Momente. Ja, und dann hat es genau fast eine gleiche Szene ähnlich, außer dass der Ball dann zur Seite weg springt, mit dem hierbei, wo er den so halb von einem spitzen Winkel da in die Latte lupft, und dann dort der Ball trotzdem auf, also das waren wirklich, die Eintracht hätte sich nicht beschweren können, wenn Hoffenheim dort 2-0 geführt hätte, bis zu eben jener Szene, die du schon angesprochen hast, wo ich weiß gar nicht, wer es war, Grilic, glaube ich, irgendwie völlig angetrunken, diesen Einwurf, wo du denkst, okay, ein Einwurf, da ist ja gar kein Druck, also das ist ja nicht wie ein Pass, den du in der Hektik falsch spielst, sondern du hast einen Einwurf, hast den Ball in der Hand, der wirft den direkt zum Gegner, das habe ich überhaupt nicht verstanden, habe mich natürlich aber auch nicht beschwert. Wobei wir bei Einwurf sagen müssen, das war ja, glaube ich, Kostic im Spiel gegen Rom, wo ihm der Ball dann da blöd aus der Hand rutscht und irgendwie 2 Meter hinter ihm auf einmal landet, also, ne? Das ist trotzdem was, wo ich sagen kann, okay, das hätte mir auch passieren können, dann ist der Ball vielleicht ein bisschen feucht, bla bla bla, meine Güte, aber, was den da geritten hat, den Ball völlig unbedrängt. Da in die Mitte zu werfen, Tegussmann quasi vor die Füße. Ja, und dann hast du, ja, dann ist das trotzdem natürlich überragend gespielt. Ja, Jovic mit dem langen Ball auf Rebic, der sieht, dass der Torwart, das Baumann rauskommt und quasi im Vollsprint den Ball dann da mit links, mit dem Schwachstus, dann da drüber. Von außen, Leute, was war denn das für ein geiles Tor auch? Ich hab's schon mal gesagt, ich will auch die Leute glaube ich nicht nerven, aber seit dieser WM läuft Ante Rebic nochmal breiter. Der läuft über diesen Platz, der ist vielleicht sogar fast sogar, da kommen wir gleich zu, fast sogar eine Spur zu arrogant geworden, aber trotzdem, der läuft über diesen Platz und wo er vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb noch überlegt hätte, klatscht der so ein Ding rein. Also Leute, das ist auch Spielentscheidung, wir haben's angesprochen, die Eintrachtspiel war auf der Kippe. Das ist wirklich kein Tor, was ganz sicher fällt und der klatscht dieses Ding rein, das ist für mich weiterhin ein Spieler, der gehört hier nicht her eigentlich. Der ist zu gut, aber es war natürlich geil, weil, und das muss ich auch mal sagen, ich hatte die Stimmung gegen Hannover ein bisschen kritisiert und in den letzten Tagen zu Hause, aber diese Stimmung da, alle, die in Hoffenheim waren, Respekt, das war sehr, 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 sehr laut und das Tor hat natürlich dazu beigetragen, dass es noch lauter wurde. Ja. Alex schreibt im Chat gerade, dass das Tor laut Nagelsmann natürlich ein Eigentor war. Der hat auch wieder ein schönes Hemd, hat er angehabt. Ich hab das Gefühl, bei Nagelsmann, ich muss das mal irgendwie, ja, da muss man auch aufpassen, aber, ja, egal, ich sag's jetzt nicht, aber, weiß ich nicht, der muss doch irgendjemanden um sich haben, der mal sagt, hier, was zieh ich ihn heute an? Der weiß doch, dass er da im Fernsehen ist. Der sieht aus immer. Der Axler ist bei 390 gut umschrieben, der sieht aus. Ich hab eine Familie vom Land, die ihren Sohn zur Einschulung einkleidet. So, sieht er aus. Wer weiß, vielleicht hat er den Mutter rausgelegt. Gut, aber, ja gut, diese geile Pressekonferenz von Nagelsmann, das spiegelt auch das Bild wieder, was ich von ihm habe. Ich hab sie noch nicht gesehen. Das ist ein stranger Typ, der soll doch einfach sagen, das ist Weltklasse gemacht. Nee, muss er nicht. Klar hat er recht. Ich wär auch sauer, wenn ich Trainer wäre, mein Spieler würde so'n Ball da hinwerfen. Aber das ist ja nicht in der, per se in der Entstehung ein Eigentor, sondern das ist ja ein bisschen weiter vorher. Also da war gar nicht noch drei Stationen dazwischen und der, sowohl der Torwart als auch der Gegenspieler von Rebic, Vogt war's, glaub ich, die hätten das schon auch verteidigen können. Also, das ist ja nicht, ja, also das ist ja wirklich, da hat der Ball ja nicht ins eigene Tor geworfen, sondern das ist natürlich ein Fehler, wo du deine Mitspieler in Bedrängnis bringst, die können das trotzdem noch rausbügelen. Und was Baumann da macht, weiß ich auch nicht genau. Aber das musst du halt als Rebic auch erst mal sehen. A, wo der Ball hinter dir ist, weil der war ja quasi fast in den Rücken reingespielt, so ein bisschen. So ein bisschen, ja. Und dann, das Baumann dann auch noch abbremst. Und er weiß aber, es reicht trotzdem noch, um diesen Winkel zu haben und dem dann mit links so reinzuklatschen, das ist sensationell einfach. Und das, ja, wie gesagt, ich hab's gesagt, die Stimmung, und dann ist die Stimmung komplett übergekocht, da ich war auch, bin völlig ausgerastet, obwohl ich zum ersten Mal in Hoffenheim komplett ohne ein alkoholisches Getränk war. Das war halt ein Sonntag. Keine Weißweinschorle? Ich war auch diesmal im richtigen Auswärtsblock, da hätte es auch gar keine gegeben. Ach so, okay. Ja, da hast du schon angesprochen, einen Wechsel zur zweiten Halbzeit, aber dann auch quasi mit Anpfiff so mehr oder weniger dann schon das 2-0 gemacht. Wieder Jovic nach Vorbereitung von Kostic, was er auch sehr überragend gemacht hat. Ja, Kacinovic hat's glaube ich auch mit eingeleitet. Der war so ein bisschen auch mit dran beteiligt, ja. Genau, und dann, ja gut, auch da passt zum Spiel ein bisschen, wieder ein bisschen Glück, dass erneut Baumann nicht ganz auf der Höhe ist und diesen Ball natürlich komplett zentral abprallen lässt. Also diese Reingabe von Kostic. Ja, und danach nochmal Glück, weil, ich weiß nicht mehr genau, wer aus der Abwehr von Hoffenheim das Ding mit dem Knie auch noch so ein bisschen ablenkt, weil Baumann war mit den Beinen schon unten. Der wäre zumindest dran gewesen, ob er ihn komplett verhindert hätte, weiß ich nicht, aber der wird dann halt auch nochmal günstig für uns abgelenkt und fliegt quasi dann da übers Bein von Baumann rüber. Das ist ja, das ist genau das, und da komme ich wieder zu einem Thema, das ist trotzdem halt auch wieder ein bisschen Glück, weil du natürlich in der ersten Halbzeit mit diesem Tor von Rebic, den Spielverlauf, so ein bisschen auf den Kopf gestellt hast. Dann gehst du in die Kabine und denkst dann eigentlich, okay, der Gegner wird sich jetzt sammeln und sagen, ey Leute, die sind heute machbar. Also das ist das, was ich denke, was Nagelsmann zu denen gesagt hat, Leute, ihr müsst da und da, weil die Eintracht auch in der Abwehr, die haben sich sehr weit reindrängen lassen und Hoffenheim macht das mit seinen Spielern und seiner Systematik schon gut. Also das muss ich sagen, die waren an dem Tag, das hat mich imponiert, die sind halt wirklich sehr ballsicher. Das heißt, die können den Ball, die spielen sich die Abwehr vorne hin, das kann die Eintracht nicht, die Eintracht ist oft hektisch dann, wenn es irgendwie an Ballbesitz geht, dann weißt du ganz genau, dann kannst du dir unabstellen, dass nach zwei, drei Ballkontakten der Ball wieder beim Gegner irgendwie ist. Und das hat Hoffenheim nicht gemacht. Hoffenheim hat die Bälle echt gut in den eigenen Reihen gehalten. Die hatten irgendwie nicht diese mentale Spritzigkeit und Ideen und waren trotzdem noch besser. Das hätte ich gedacht. Sie hatten in Summe in dem Spiel eine Passquote von 85 Prozent und sie haben 21 Torschüsse. Also da war halt nicht gerade wenig unterwegs. Genau, da waren halt nicht so viele unfassbar gefährliche dabei, aber wie du es gesagt hast, wenn die das klüger zu Ende gespielt hätten, die die Eintracht besiegen können an einem Tag. Das ist einfach so. Ich glaube dann aber in der Halbzeit, dass Nagelsmann zu denen gesagt hat, hier Leute, die sind drin. Das könnt ihr schaffen. Und dann habe ich aber auch was gesehen, was mir aufgefallen ist. Wovor die Zeit dort angefiffen wurde, hat die Eintracht nochmal einen Kreis gemacht. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen untypisch. Zumindest ist es mir noch nicht aufgefallen, ob die das jetzt immer machen. Aber ich glaube, das habe ich mir dann in der Halbzeit auch gedacht und habe das mit den Leuten, mit denen ich mich stehe, haben wir auch so ein bisschen besprochen. Ganz ehrlich, wenn Hütter kann ja jetzt zu den meisten sagen, ey Leute, ihr habt jetzt so eine überragende Woche gespielt. Wir führen jetzt hier 1-0. Ihr habt jetzt noch 45 Minuten, ballert, ballert, alles raus, was ihr habt. Danach ist erstmal ein bisschen Ruhe. Ihr habt dann bis Mittwoch frei und wir haben eine Länderspielpause. Ein paar sind mit ihren Teams unterwegs, aber Leute, ihr habt erstmal einigermaßen Ruhe. Brettert jetzt nochmal alles raus und dann gucken wir, da kommen ein paar Spieler zurück. Der eine oder andere kann entlastet werden, bla bla bla. und so kam die Eintracht dann auch raus und hat natürlich dann zusätzlich noch das Glück, dass dieses Tor dann auch direkt fällt, weil dann glaube ich die Ansprache von Nagelsmann so ein bisschen verpufft ist, zu denken, ja eigentlich sind wir besser, aber jetzt steht es ja hier schon 2-0, das macht die Aufgabe eigentlich besser und du hast dann einen Gegner, der wirklich, wo jeder für jeden gekämpft hat und das hat dann halt in der Summe den Ausschlag gegeben, dass die Eintracht diesen Glücksball, den die in der Hand hatte, einfach irgendwie über die Mauer gekriegt hat. Das war dann halt einfach so, trotz, und da kommen wir jetzt zum negativen Teil, trotz dieser gelb-roten Karte von Rebic. Genau. Ab der 66. Minute durften wir dann in Unterzahl verteidigen, wie wir gelernt haben, so ein Spiel ist vorbei, wenn man ein Spieler weniger auf dem Platz ist, sagte ein Trainer mal. War halt aber auch eine selten dämliche gelb-rote Karte, also er hat ja die gelbe Karte ganz am Anfang wegen Meckern bekommen, wo er auch wirklich ein bisschen viel gemeckert hat, muss man auch dazu sagen. Und dann da an der Außenlinie einfach den Spieler so umzureißen, musste er nicht machen. Also, schon ein bisschen arg dämlich. Trotzdem haben sie es dann nachher auch mit Mann und Maus da hinten raus verteidigt, weil es war ja nicht so, dass Hoffenheim nachher keine Chance mehr hatte, sie haben dann auch den Anschlusstreffer noch gemacht. Aber da war halt auch... Auch wieder, ja, da kommen wir auch zum interessanten Thema, der war auch haltbar, meiner Meinung nach. Der war auch haltbar, wobei da war... Er war sehr hochgeschossen. Nee, da waren halt auch noch sowohl noch ein paar Dinge dabei, wo man sagen muss, die Trap da auch sehr ordentlich verteidigt. Also so ist es nicht. Das wollte ich gerade sagen. Das ist so ein bisschen, das spiegelt so ein bisschen den Trap wieder. Der Trap ist komplett, seit diesem Massage-Spiel-Spiel ist. Da ist er da. Hat aber noch diese Dinger ab und zu drin, aber macht es natürlich dann wieder gut. Also wie er diesen Eckball, was 95 Minuten da, wo er da den Arm hochreißt, da ist mir zum Aller... Da ist mir, wenn mein Herz nicht eh schon in der Hose weiß, ist mir bis auf die Füße gerutscht, weil ich wirklich Angst hatte, weil es wäre dem Spielverlauf nach auch gerecht gewesen, wenn Hoffenheim das 2-2 gemacht hätte. Wir hätten uns bei der Anzahl der Torschüsse und so hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Nee, das ist jetzt ja... Das war ja trotzdem gefühlt, das hat man auch selber gemerkt, auch mit Eintracht Brille, das war so eine unnatürliche Führung, wo du halt an gewissen Stellen, das haben wir auch hier schon oft betont, dass man bei allen Nagelsmanns und Guardiolas und Hütters und Taktik und keine Ahnung, Spielverlagerung, blablabla, dass Fußball trotzdem bis zu 40 Prozent auch das Glück einfach besteht. Das brauchst du dann einfach und das hat die Eintracht und ich war froh, dass sie es über die Ziellinie gekriegt haben, weil wie du es gesagt hast, da waren auch Chancen, dann war ja noch irgendwie ein Freistoß, aber dann muss man sagen, man kann trotzdem die Schleife drum machen und sagen, das war trotzdem verdient, weil Hoffenheim dann einfach auch zu dumm war. Also die hatten genug aussichtsreiche Situationen, die die dann selber, dann haben die weit übers Tor geschossen, so ein Volley-Schuss von Kramaric war es glaube ich, der dann eingewechselt wurde. Ja. Und das, meine Güte, also wir sind nicht dafür verantwortlich, das Glück für Hoffenheim einzufordern, das müssen die selber machen und deswegen brauche Hoffenheim auch nicht tun, als wäre das ein Skandalergebnis, weil sie dann, wie gesagt, auch noch in Überzahl waren. Rebic, das Ding ist, ich akzeptiere es. Also ich akzeptiere, dass er das macht, weil er mir eine Qualität gibt, die sonst nicht da ist, dann fresse ich diesen sauren Apfel. Ich hoffe trotzdem nur, dass der Trainer Worte findet, um ihn so ein bisschen zu beruhigen und auch, ja wie ich es nenne, Balkan-Connection auch so ein bisschen dafür ist, weil ich habe das Gefühl, dass es auch ein prägender Teil in unserem Spiel ist. Wenn ich beobachte, wie Gacinovic, Kostic, Rebic, wie die sich immer wieder gegenseitig untereinander Tipps geben, pushen, Jovic, wie die sich immer, wie die im Spiel miteinander kommunizieren, das zeugt für mich schon wirklich davon, dass da irgendwie was entsteht, was dafür sorgt, dass zumindest im Offensivbereich Rebic unser neuer Prince ist, weil er Jovic so ein bisschen auf ein anderes Level hebt, Haller auch und auch Kostic quasi die Integration wesentlich erleichtert. Also das ist wirklich und ich hoffe einfach, dass da einfach die Kräfte wirken zu sagen, ey Digga, du bist so ein geiler Kicker, das brauchst du nicht. Du brauchst auch nicht diese Gesten gegen den Schiedrichter und bla bla bla. Beruhig dich einfach, auch wenn ich der Erste bin, der das verstehen kann, aber gut, deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Profi. Aber trotzdem, Fressig und Rebic, ja Rebic ist ne Maschine. Ich weiß nicht, mir wird es wahrscheinlich, wenn er so weitermacht, schwerfallen, eine Woche für Woche neue Superlative zu finden und meine tiefe, tiefe Liebe zu ihm zu verbalisieren. Grüße. Ernst hat es gerade eben nochmal im Chat geschrieben, die letzten Minuten waren definitiv nichts für Herzkranke, also was ich da gelitten und gezittert habe, also, uiuiui. Aber am Ende dann erfolgreich und damit eine mehr als erfolgreiche Woche und ordentlich Plätze in der Tabelle gut gemacht, wir stehen quasi direkt hinter den Bayern, was heutzutage aber auch nichts mehr heißt. Das ist kein Qualitätsmerkmal, lieber Rebic. Nicht mehr. Ja, und ich glaube, damit können wir die Woche dann auch so ein bisschen abhaken. Ja, Leute, zusammengefasst, wir sind fucking siebter und haben zwei Spiele in der Euroleague gegen Marseille und Rohn gewonnen. Stand jetzt ist alles gut. Stand jetzt ist mehr als alles gut, jetzt kommt erstmal eine... Anzeichen, die Hütter Hütters Wirken hier geben, stehen nicht danach, dass es schlechter wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich traue Eintracht durchaus zu, auch am Freitag nach der Länderspielpause zu Hause, auch ohne Ante Rebic gegen Düsseldorf zu gewinnen. Ja, also vielleicht einmal kurz, um das Programm zumindest mal anzureißen, wie wir schon angedeutet haben, es gibt einen Rückblick heute und einen Ausblick dann nächste Woche, also nach der Länderspielpause spielen wir zu Hause freitags gegen Düsseldorf, dann spielen wir zu Hause gegen Limassol und spielen dann in Nürnberg am Sonntag, also Freitag, Donnerstag und dann in Stuggi und dann in Stuttgart, genau. Mir ging es jetzt erstmal um die drei Tage oder um die drei Spiele in der Woche. Was ich da schon mal ganz positiv finde, ist, dass unser Reiseaufwand sich in der Woche durchaus in Grenzen hält. Also zwei Heimspiele und dann von zu Hause nach Nürnberg runterfahren ist jetzt auch nicht die Riesenstrecke. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal schon mal ganz gut. Weil ansonsten hätte ich so ein bisschen bei dem doch angefressenen Kader so ein bisschen Sorge, dass da, wenn du da irgendwie zu viel unterwegs bist, dir das dann so ein bisschen auf die Füße dann nachher geht. Aber so ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, das ist, ja, aber man muss es sagen, die Lage hat sich wirklich definitiv entspannt und genau das ist eingetreten, was wir uns erhofft haben, auch was wir auch oft im Spiegeltext geschrieben haben, dass wir hoffen, dass Ergebnisse, und das ist ein Ergebnis, das ist wirklich, da kann keiner erzählen ja, das ist Hütterfußball und die TSG Hoffenheim hat keine Mittel gefunden. Nein, das ist ein Ergebnis. Aber dieses Ergebnis hilft einfach, um Ruhe zu bekommen, um eben jene Defizite, die es natürlich noch gibt, die auch zwangsweise sind, weil wegen der dünnen Personaldecke und Doppelbelastung, die zwangsweise da sind, einfach auch so ein bisschen zu überschatten, dass man einfach Ruhe hat. Das ist einfach das Allerwichtigste gerade. Hätte ich nicht gedacht, nach dem Pokalsieg war aber so, dass Unruhe da war. jetzt ist Ruhe und jetzt kann man diesen ganzen, diese Angst, die man vielleicht hatte und die vielleicht sogar auch der Trainer und die Mannschaft hatten, das kannst du jetzt alles in den vier positiveren Blickwinkel rücken und zu sagen, okay, diese Spiele sind jetzt keine Pflicht mehr, sondern das sind alles Chancen, zu sagen, alter, stell dir mal vor, wir gewinnen jetzt noch gegen Düsseldorf und dann gewinnen wir in Nürnberg und dann gewinnen wir zwischendrin noch zu Hause gegen Limassol. das sind ja, also diese drei Spiele, Limassol, Nürnberg und Düsseldorf, das sind ja jetzt keine Aufgaben, wo wir denken, ach du lieber Himmel, die Eintracht spielt jetzt hintereinander gegen Dortmund und Bayern und gegen Marseille, sondern nee, also das ist zumindest drin und könnte dafür sorgen, dass aus einer Ruhe schon wieder fast eine Euphorie wird. Und wir haben jetzt davor die Länderspielpause, die uns auch nochmal so ein bisschen die Möglichkeit gibt, zum einen zu regenerieren, aber auch nochmal den einen oder anderen taktischen Knifter einzubauen und da nochmal so ein bisschen an der Taktik zu arbeiten, also von daher ist das schon eine wesentlich bessere Ausgangslage, als wir sie noch vor ein paar Wochen am Horizont hätten aufblitzen sehen. Von daher alles gut. Können wir, glaube ich, ganz beruhigt da durchgehen. Genau, am Rande gab es dann heute nochmal den Hinweis, wir dürfen mal wieder eine Geldstrafe zahlen, 22.000 Euro wegen Abbrennen von Pyrotechnik, war, glaube ich, gegen Dortmund und Freiburg, bin ich jetzt richtig im Kopf habe. Ja, ist, glaube ich, auch mittlerweile fast schon Standard. Ja, besser nix. Aber es gibt andere Menschen, die mit Sicherheit was dazu zu sagen hätten und zwar sind das unsere Dummschwärzer der Woche und da kommen wir jetzt dazu. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Und wir hatten ja letzte Woche nur zwei Kandidaten, aber dafür zwei großartige Kandidaten und ich glaube, das hatten wir in der Tat auch noch nicht. Wir hatten zum einen den Herrn Grindl für seine Aussage mit von wegen, wenn jemand ohne Migrationshintergrund und so weiter und so fort, wir erinnern uns. Und das andere war die TSG Hoffenheim für den Aufruf zu diesen Pro-Hop-Plakaten und herzlichen Glückwunsch, sie teilen sich beide mit jeweils 50% den ersten Platz. Die Hörer und Hörerinnen konnten sich einfach nicht entscheiden. Ja, sehr schön. Ja, pro Hop-Plakate, ich bin immer noch hast du welche gesehen? Ich habe keine gesehen, ich habe andere Sachen gesehen, ich habe gesehen, was für eine dunkle, dunkle Fankultur dort in Hoffenheim ist, weil es war ja nicht nur die Frau mit dem Daumen nach unten, sondern wurde mir gerade bei Twitter zugespielt. Es gab auch sogenannte Axtgesten, die eine Gewaltandrohung darstellen. Was? Ja, also das ist, also ich bin erschüttert, ich weiß nicht, ob ich nochmal nach Hoffenheim reisen kann und empfehle auch jedem, der Kinder hat, den Raum Sinsheim weiträumig zu umfahren. Also da sind die Sitten derart verrot, das ist kaum auszuhalten. Ja, ich möchte das explizit das Technikmuseum in Sinsheim ausklammern, weil das ist sehr schön mit Kindern, aber das ist auch alles. Ja? Genau, wir haben aber auch wieder ein paar nominierte diese Woche und ja, fangen wir mal oben an. Wir haben als erstes die höhere Nominierung von Kai und zwar möchte der die Redaktion der Sport in Knammern Bild, also entweder Sportbild oder Bild, für diese wunderbaren Clickbait-Artikel zu dem Tod von Toros Bruder nominieren. Meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, also ganz ehrlich, was da wieder an Schlagzeilen rumgelaufen ist, das muss nicht sein. Also das verstehe ich auch nicht, dass man solche Artikel da irgendwie großflächig irgendwie da hinbringen muss. Es ist, hat niemanden irgendwas zu interessieren. Ja, das ist aber gut. Das Ding ist, man erwartet es ja mittlerweile schon, also, das Tagesgeschichte. Ja, man kennt es eigentlich mittlerweile, aber mich regt es trotzdem immer wieder auf. Also wenn ich so ein Bullshit da sehe, ich kann es nicht verstehen. Ja. Unter jeder Würde eigentlich. Die zweite Nominierung kommt von Sasch0387 und zwar nominiert er Benny Zander von The Zone. Es gibt da auch andere. der wohl in der, ich vermute mal, das ist im Rahmen von dieser, wie heißt die, diese Konferenz bei denen? Goalzone? Goalzone. Den Satz gebracht hat, gute Nachrichten für alle deutschen Fußballfans, RB Leipzig macht das 1-0 in Trondheim. Ja, da gibt es ja immer wieder die Diskussion, da scheiden sich ja auch die Geister und das hat sich durch Leipzig mit Sicherheit nicht in die eine Richtung positiv verändert, ob man international als Deutscher, allein dieser Begriff, ob man als Deutscher zwischen deutschen Mannschaften halten muss. Da gab es ja früher immer die Diskussion mit Bayern, da habe ich es da schon verneint. Das gilt für mich nicht mal für, was weiß ich, für Schalke. Dann gilt es mit Sicherheit auch nicht für Hoffenheim und Leipzig. Da muss ich mich leider ausgrenzen, aber gut. Ja, für mich auch nicht. Jeder so, wie er kann. Ich erinnere mich an dieser Stelle immer gern an unsere Schulabschlussfahrt im Jahre 1999, wo wir in England waren zu dem Zeitpunkt, als die Bayern gegen Manchester war, glaube ich, gespielt haben und ja dann in der Nachspielzeit da mit 2-1 rausgeflogen sind, wo wir auch viel Diskussion mit den Engländern in der Kneipe hatten, dass wir nicht für die Bayern sind, sondern für Manchester, weil wir für einen guten Verein sind und nicht irgendwie dieses Nationalgiblinge haben. Aber am Ende war es sehr lustig. So, nächste Hörernominierung von at EFC Appleweuer. Sepp Platter für die Aussage in diesem wunderbaren Spiegeltext, man darf den Fußball nicht verkaufen. Finde ich, ist Sepp Platter jemand, der das durchaus beurteilen kann. Das kommt aus berufenem Munde. Ja. Ja, das ist ach, wie weiß ich, diese Absurditäten nehmen kein Ende. Ne, tun sie nicht. So, dann haben wir eine Nominierung von wirklich sehr, sehr vielen Hörern und Hörerinnen. Es waren so viele, dass ich sie gar nicht namentlich alle aufschreiben kann. Und zwar, das würde ich wieder freuen, der Herr Dieter nur, der natürlich dem Herrn Hopp an die Seite springt und für diesen Ehrenmann und gegen pübelnde Fußballfans ist. Möchtest du dazu was sagen, Basti? Ne. Ne. Ich muss ja, ich werde auch immer in Situationen gebraucht, wo ich dann dazu was sagen soll, dass in der Situation vielleicht... Wen soll ich denn sonst bitten, dazu was zu sagen? Ja, ich probiere es jetzt mal, wie es erwartet wird. Also, ich bin mit Dieter nur nicht eine Meinung. Ja. Ja. Das kann man, glaube ich, auch. Teile seine Meinung nicht. Nein. Aber der hat sich ja schon an anderer Stelle auch sehr toll hervorgetan. Ja, das tut er gerne. Aber ich glaube, dass er mit dieser Aussage seine Zielgruppe und sein Publikum auch erreicht, weil ich von Leuten, die Dieter nur lustig finden, auch genau das erwarte. Ich habe letztens einen interessanten Artikel in der Zeit gelesen, auch teilweise umstritten, das Blatt mittlerweile. Aber da fand ich ganz interessant, dass die ganzen Filterblasen eigentlich eben nicht für die Radikalisierung verantwortlich sind, sondern das Aufbrechen eben jener Filterblasen. Also, das ist die gegenteilige These. Ja. Zu sagen, okay, man kriegt mittlerweile zu viel mit. Das ist es. Also, das ist, ich hätte vielleicht diesen ganzen Schmutz, den manche Leute denken, gar nicht mitgekriegt und müsste mich gar nicht aufregen. Und dazu zählt Dieter nur eigentlich auch, der würde mir eigentlich nicht über den Weg laufen und ich würde eigentlich nicht wissen, was er sagt. Aber mittlerweile kriegt man das ja alles mit und alles. Es gab ja auch die absurdesten Twitter-Typen, die behauptet haben, ich glaube, vielleicht ist er auch nominiert, die behauptet haben, dass Dietmar Hopp das Hartz IV finanziert, was die Eintracht-Fans beziehen würden. Ja, ich weiß, welchen Twitter-User du meinst. Ich habe mich explizit dagegen entschieden, ihn hier aufzunehmen, weil ganz ehrlich, so viel Aufmerksamkeit braucht der Lusch nur auch wieder nicht. Will ich ihm auch gar nicht geben. Ich will einfach nur damit sagen, es gibt wahrscheinlich einfach zu viele verschiedene Meinungen und die sind halt auch festgefahren. Ich muss, und das muss ich auch lernen, mich einfach auch nicht um jede Schulhofkeilerei zu kümmern, dann soll der Dieter nur halt sagen, was er will. Soll er es machen, ich mache es ab jetzt auch. Ich sage ab jetzt auch einfach, was ich will, ob es stimmt oder nicht. Wie ab jetzt? Ich sage jetzt einfach, ich behaupte jetzt, Leute, die zu Dieter nur Auftritten gehen, sind per se sehr, sehr gefährlich. So. Zählt das, wenn man in der Vergangenheit schon mal bei einem Auftritt von Dieter nur war? Ja. Dann bin ich ab jetzt auch sehr, sehr gefährlich. Ja, das war uns eh allen schon klar. Du hast eben 47 Hundewelpen in den Garten. 43. Also jetzt, bei drei bei hier bitte nicht. Siehst du, ich fange einfach schon an, die Unwahrheit zu erzählen. Das ist wirklich, wie schnell ich das umgesetzt habe. Morgen Bildschlagzeile, Herr Kurfürst tötet selber 50 Hundewelpen im Garten. 52. 300. Ah, großartig. Ich muss da selber auch ein Stück weit, irgendwie, da muss ein Lerneffekt bei mir einsetzen, weil ich kann das nicht fassen, dass jemand wie Dieter nur sich überhaupt dazu äußert. Aber gut, es ist so, ich muss es probieren zu akzeptieren, kann nur selber gucken, wie ich mit Dingen umgehe und ob man das mitmacht. Aber es ist natürlich, ganz ehrlich, dass wirklich Dortmund-Fans, eine Gruppe von Dortmund-Fans, auf ihre überzogene Weise im Protest gegen diese 32 Hausverbote und Strafanzeigen machen. Dass das nirgendwo überhaupt diskutiert wird, dass er das macht, dass der Herr Hopp wirklich Privatleute anzeigt, dass er öffentlich bei manchen sogar den Arbeitgeber nennt. Darüber wird nicht gesprochen, stattdessen gibt es irgendwelche Pressemitteilungen, aber da fehlt mir auch die Energie, weil ich glaube, ich kann da sowieso nichts bewirken, weil der Herr hat halt richtig viel Asche und der kann sich gewisse Strömungen einfach auch irgendwie zurechtwurschteln. Das ist dann so und das ist, glaube ich, das, was man wahrscheinlich akzeptieren muss, auch wenn man es nicht geil findet, aber das ist, ja. Stattdessen, und das wird gerade hier über den Chat reingereicht, werden so wunderbare Artikel geschrieben, weil es passt gerade so schön, dass der arme Herr Kovac, nachdem er zum Rapport bei Bratzow bestellt wurde, dann natürlich noch auf die Wiesen muss und für die Fotografen für Aufnahmen zur Verfügung stehen muss. Darüber werden dann 43-seitige Artikel geschrieben. Ja, fällt einem auch nichts mehr zu ein. So, dann haben wir eine weitere Nominierung und zwar im Doppelpack von Benedikt und Bohnsen VD und zwar Julian Nagelsmann, der sagt, dass nach einem Platz verweist das Spiel eh gegessen ist. Wir erinnern uns dran, das hatten wir vorhin schon mal. Dann hatten wir eine weitere Nominierung von ebenfalls sehr, sehr vielen Menschen und zwar nominiert Bratzow für seine wunderbare Aussage, dass es natürlich einen Unterschied gibt zwischen den Spielern in Frankfurt und den Bayern und dass man in Frankfurt, dass natürlich alles sehr einfache Spieler sind und man ja mit allen reden konnte, aber in Bayern vielleicht nicht oder bei den Bayern vielleicht nicht. Ich verlinke euch mal dieses Video, es ist sehr konfus, was er davon nicht gibt. Ach Bratzow, ich verwundere mich, warum der, vielleicht kann ich es jetzt hier machen, ich wundere mich, warum der Name unter Bayern-Fans Kackbratzow sich eigentlich nicht durchgesetzt hat, weil das ist ja auch nicht mehr zu fassen. Ich habe jetzt auch Gerüchte gelesen, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich wundern, dass die Information rauskam, dass die Spieler intern den Sportdirektor nicht respektieren. Ach du Scheiße, da habe ich aber schief geschaut hier. Grüße an den Jalzin, der das bei Twitter veröffentlicht hat. Das ist natürlich sehr überraschend, dass den keinen Ernst nimmt, weil wenn der auch nur im Ansatz so redet wie in Interviews, natürlich kann ich keinen Ernst nehmen, weil du ihn gar nicht verstehst. Das ist es ja, weil das macht ja auch alles keinen Sinn. Wenn er diese Aussage trifft mit den Spielern, war das nicht Teil seiner Analyse, die er gemacht hat. Dieses Ganze, das fällt ihm ja jetzt alles auf die Füße. Er ist ja derjenige, der da das angeblich alles entschieden hat. Wenn ich der wäre, würde ich wirklich, ich weiß nicht genau, was ich machen würde. Ich würde einfach, weil man alles braucht ihn ja nicht. Ich würde, um mich selber zu schützen, an seiner Stelle wirklich einfach nur arbeiten und gucken, dass ich mich verbessere und dass ich mir Wissen drauf schaffe und dass ich eben nicht mehr in eine peinliche Situation komme, Thomas Lemar von Monaco bei YouTube zu scouten und das auch noch öffentlich zuzugeben, irgendwas von Innovationszentren zu erzählen und rumzustammeln, sondern dann arbeite halt, weil mit Rummenigge und Hoeneß sind doch eh die zwei in der Öffentlichkeit. Das ist ja gar kein Vakuum dort. Das ist ja gar kein Vakuum, was er füllen muss, weil da wird eh genug geschwätzt. Ich weiß nicht, was ihn treibt. Ich vermitleide. Mittlerweile ist meine Ärgernis eigentlich auch so ein bisschen Mitleid gewichen, weil jeder Bayern, das hätte ich auch nicht gedacht, dass mir Bayern-Fans mal leid tun, dass die tatsächlich wirklich mit Hoeneß und Bratzo und Kalle da wirklich jetzt rumhängen, die wirklich eine Katastrophen-Kahler-Planung im Sommer machen, sich jetzt einen Sündenbock suchen und keiner darüber redet, dass dieselbe Diskussion mit Ancelotti letztes Jahr auch schon stattgefunden hat und dass diese Entwicklung einfach hakt bei denen, weil irgendwie das nicht geschafft wurde, wirklich das irgendwie klug zu machen, sondern seit Uli Hoeneß wieder da ist, ist halt wieder Uli Hoeneß Bayern und da gibt es Leute, die überholen dich dann links und rechts, wenn du halt auch aus einer Zeit kommst mit Samar, Guardiola und Reschke. Das ist keine gute Entwicklung für Bayern, aber von mir aus soll es gerne so weitergehen. Also ich bin da offen, aber Bratzo ist natürlich, also Bratzo ist einfach wirklich kack, Bratzo ist eine Witzfigur, fertig. Ja. Dann haben wir noch einen, der am Rande was mit Kovac und den Bayern zu tun hat und zwar nominiert von unserem Hörer, Hörerin, Sunny2k1, Jannik Erkenbrecher von Sky, der das Interview mit Freddy Bobic nach dem Spiel Hoffenheim gegen die Eintracht geführt hat und dessen einziges Kernthema in dem Interview natürlich nicht die Mannschaftsleistung war, sondern die Situation bei den Bayern und ob Freddy Bobic schon Kontakt mit Niko Kovac aufgenommen hat. Passt auch dazu. Das haben auch, glaube ich, Gladbach-Fans im Sportstudio kritisiert, dass diese Niederlage wirklich auch, die Niederlage in Gladbach auch wirklich nur aus Sicht der Bayern besprochen wird und du bist als Gladbach-Fan, freust du dich, dass du Gladbach in München gewonnen hast. Scheinbar interessiert es aber keinen. Also dieses Gelaber, ja, gut. Was soll man dazu sagen? Das ist halt, was war das Sky? Ja. Wundert Eiden ja auch nicht. Ich habe irgendwie durch Zufall ein bisschen in Sky 90 reingeschaltet und auch so den Spieltag gesehen mit die Ukeim und der Hock. Das ist ja nicht zu fassen. Also das ist ja wirklich nicht mehr anzuschauen. Das ist, ich habe es lange vermieden und wir haben uns ja auch bei 93 immer drüber lustig gemacht, aber ich habe es dann auch wirklich, warum soll ich es mir schauen, wenn es mich aufregt? Manchmal begegnet es dir halt noch, weil du vielleicht in der Halbzeit nicht schnell genug wegschaltest oder nicht schnell genug dir was zu essen willst. Das ist ja Wahnsinn, was da teilweise geredet wird. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also da werden Sachen diskutiert. Da fällt dir einfach auch nichts rein. Ich bin da schockiert, wie der Fußball da präsentiert wird von besten Personen auch. Ich weiß es nicht. Ich bin da überfragt auch, warum das so ist und wieso die Leute das feiern. Da haben wir noch nicht mal von Luther Matthäus geredet. Grüße, bitte. Ja, Grüße. So, dann haben wir noch zwei. Und zwar ein... Es ist aber viel los hier heute. Ja. Nominiert von Tobias und zwar eben angesprochener Niko Kobach für seine wunderbare Aussage in der Pressekonferenz vor dem Ajax-Spiel, wo er unter anderem zum Ende gesagt hat, wir werden die nächsten zehn Spiele nicht verlieren, das kann ich unterschreiben. Hätte er mal gewartet, bis die Tinte trocken ist. Und gerade eben ganz frisch noch über den Chat reingekommen, Yannick SGE nominiert Basti Red für den wunderbaren Ohrwurm, den er per Twitter verteilt hat und dann ist jetzt so eine scheiß Länderspielpause. Dein, ob Sonne, Hagen, Regen oder Schnee. Geiles Lied, gell? Grüße, Yannick. Ich verlinke euch mal den Tweet, stellt ihn euch einfach im Kopf mit Basti SGE. Ich will, was ich will, jetzt geht. Das war super ein Hoffenheim, geil. Ja, das war super. Hast du noch jemanden, den du nominieren möchtest oder ist dein Favorit da schon mit dabei? Nagelsmann ist dabei, oder? Nagelsmann ist mit der roten Karte dabei, ja. Für die Pressekonferenz nach dem Spiel hat ihn noch keiner nominiert. Dann mache ich das jetzt. Doppelnominierung. Basti Julian Nagelsmann für die PK nach dem Spiel. Dann nominiere ich noch Tom Beyer. Tom Beyer. Diesen wunderbaren Kommentator bei Sky am Wochenende, der mich fürchterlich aufgeregt hat mit seinem Hasebe Ruß. Und irgendwann zwischendrin hat er Florian Nagelsmann zweimal gesagt. Florian Nagelsmann? Und ich habe ihn zu Unrecht kritisiert, er sagte irgendwann der Kanadier de Guzman, wo ich dann sagte so, äh, 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 Kanadier, aber er ist, äh, äh, kanadischer Holländer, also in Toronto geboren. Okay. Kann man, kann man halb durchgehen lassen, habe ich mich zu Unrecht aufgeregt. Aber für den Rest ist es trotzdem scheiße. Sei froh, dass nicht Markus Linnemann kommentiert ist. Ja. Für mich aktuell der unsäglichste Fußballkommentator. Keine Grüße. Ja. Ja, ja. Dann haben wir doch wieder einige. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft, äh, wie jede Woche abstimmen und dann schauen wir mal nächste Woche, wer hier die Runde gemacht hat. Vorragend. Ach ja, genau. Und Timo schreibt im Chat gerade eben noch, Garzino Watch, hat er auch noch gesagt. Garzino Watch, das hört sich an wie eine, das hört sich an wie eine, nee, das hört sich an wie so eine, so eine, so eine, so eine Aktivistenseite, die irgendwas, er hätte, er hätte auch. Die Internet, die Internet, das Internetportal Garzino Watch hat aufgedeckt. Er hätte, er hätte auch irgendwie, was weiß ich, Casino Watch draus machen können. Der neue. Casino Watch ist dann so eine Aufsichtsbehörde für Glücksspiel. Für Glücksspiel, genau. Ja, also. Genau, aber natürlich Watch mit O geschrieben und nicht mit A, wie sich das gehört, ne? Genau, Watch. Ja. Schade jetzt, ich wollte gerade nochmal den Kalli einspielen, weil wir bei Dummschwitzern waren, aber ich finde es leider gerade nicht. Ja, dann ist vielleicht auch gut so. Ist vielleicht. Also die Altenhilfe, Sozialhilfe, Krankenhilfe, Gottes Willen. Ja, das musst du, das musst du leider Axel überlassen, also wenn einer hier, äh, Rainer Keimund wunderbar nachmachen kann, dann ist es Axel. Ich verlange in der nächsten 93-Folge, dass Axel wieder einen 10-minütigen Monolog über Kalli und die Butter hält. Ich auch. So, dann gucken wir mal, ähm, gibt's noch Empfehlungen? Ansonsten sind wir quasi auf der Zielgeraden. Empfehlung, 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 ähm. Du hast aber schon wieder irgendein Buch gelesen oder die Elf Freunde oder? Habe ich das Buch über den HSV, habe ich das schon empfohlen? Glaube ja, oder? Ich glaube, ja, bist du denn jetzt durch? Da warst du doch ganz am Anfang. Genau, ja, ne, ich bin durch, das ist echt sehr interessant und sehr abstrus. Das ist hier von, äh, von Escher und, wie heißt der Anna? Jovanov? 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 Jovanov, glaube ich. Ja. Das ist schon, das ist schon echt, also das ist schon Hanebüchen, was dort stattfindet. Auch gerade der letzte Teil, den ich jetzt erst gelesen habe, wo als Bruchhagen dort war und was für Dinge er sich da ausgesehen, also ausgesetzt gesehen hat, der eigentlich von Kühne weg wollte, dann aber gesehen hat, das geht ja hier gar nicht, sich dann irgendwie Spielertransfers ziktieren lassen musste. Damals, die einprägendste Szene ist für mich tatsächlich, dass, glaube ich, Arnesen, glaube ich, als er noch da war, Christian Eriksen holen wollte und Kühne einfach durchgesetzt hat, dass Van der Vaat geholt wird. Ja, großartig. Und das würde, wenn ich da verantwortlich wäre, der würde ich durchdringen. Wenn man überlegte, was Christian Eriksen, damals auch schon, aber jetzt, gerade jetzt, was für ein geiler Spieler das ist. Ja, Leute, dann holen die den alten Van der Vaat zurück, der sich dann Silvester mit seinen zwei Frauen prügelt. Ja, also, Leute, das ist nicht so gut, das ist trotzdem vielleicht auch, nochmal zum Nachdenken, ob wirklich jeder unbedingt alle Investoren in den Fußball holen will, weil das ist schon sehr, sehr krass, was da ist und was es mir auch wieder gezeigt hat, weil gerade, ja, bei uns im Eintra Podcast passiert es ja manchmal bei 390 auch und allgemeinen Leuten bei Twitter auch. Ich glaube jeder, auch den Stuttgart-Fans, ist es ja jetzt immer wieder passiert, die gesagt haben, mir meckert immer nur über Korkut. Die HSV-Fans, die sich vielleicht wieder, net fuller Grüße bitte, sich zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon in die Position begeben haben und gesagt haben, so wie das hier läuft, ist es nicht gut und dafür immer belächelt werden. Der Axel ist aktuell bei Köln. Das heißt dann immer, ihr meckert nur und ihr wisst doch gar nicht, was da hinter den Kulissen abgeht. Dieses Buch hat mir gezeigt, dass gewisse Vermutungen, die du als Fan manchmal hast und ich hatte das ja oft auch mit Armin Fee, meine Privatfäde, weil ich das Gefühl hatte, der ist nicht der aller Strebsamste und Fleißigste. Das sind Sachen, aber die kommen dann halt Jahre später erst immer raus und dann, ich plädiere an jeden Fan einfach ab und zu wirklich, natürlich nicht zu übertreiben, aber man braucht sich auch nicht alles irgendwie erzählen zu lassen, nö, das stimmt alles gar nicht, weil was beim HSV abging, das war nämlich noch schlimmer, als die größten Kritiker aus der Fanszene sich das zu der Zeit vielleicht hätten vorstellen können. Größe! Ja, das ist richtig. Im Chat wird gerade eben noch als Empfehlung gefordert, diesen Zeitartikel zu den Filterblasen, den du angesprochen hast. Wenn du mir den Link dazu noch rüberschmeißt, hänge ich es dir noch mit rein. Ich weiß nicht, ob ich einen Link habe. Ich war ja auf der Zeitkonferenz und habe das hier in einem E-Paper gelesen. Ich gucke mal, ob ich es finde. Alles klar. Das ist, glaube ich, die vorletzte Ausgabe gewesen. Zeit, Ausgabe 40. Ansonsten verlinken wir nur die Ausgabe und dann passt das auch. Ich habe leider nichts. Außer Fußball gucken und FIFA spielen komme ich nicht mehr. Was macht dein FIFA-Team? Was hast du für ein Ultimate-Team? Wollen wir das mal durchgehen? Wollen wir das mal durchgehen? Mein Ultimate-Team können wir gerne machen. Da kann ich dir mein MyClub-Team mit mir auch sagen. Ja, dann machen wir jetzt hier erstmal Kapitelmarke und machen hier Teamschwanzvergleich. Also, willst du anfangen mit Sturm oder Tor? Wir fangen mit Tor an. Habe ich aktuell Bernd Leno. Ich habe Testing. Ah, okay. Und auf der Bank, ich sage jetzt auch die Bankspieler gleich mit und auf der Bank habe ich Alison Becker von Liverpool. Grüße. Auf der Bank habe ich momentan jede Menge Leihspieler, die zählen nicht und gar keinen Ersatztorhüter fällt mir gerade auf. Ich hätte aber auf der Reservebank Petri Cech. Okay, geht auch. Den habe ich als Inform in einem Free-Pack gezogen. Die hast du quasi die Arsenal-Konstellation bei dir da hinten. Den einen hatte ich gekauft und den anderen hatte ich dann in so einem untauschbaren Pack gezogen. Also, ich konnte den nicht verkaufen und von daher habe ich schon behalten. Außenverteidiger rechts habe ich Riccardo Pereira und links habe ich Danny Rose. Ich spiele übrigens in einem 4-3-1-2. Ich spiele in einem 4-3-3. Ich habe Thomas Meunier rechts und Grimaldo links. Ah, okay. Innenverteidigung habe ich Laporte und Stones. Laporte habe ich auch auf der Bank und Stones ist bei mir auch auf der Bank. Ich habe Bonucci und MTT. Ja, MTT hätte ich auch gerne noch. Der ist mir nur aktuell zu teuer. Dann habe ich drei ZMs davor im Mittelfeld und zwar Oxlade-Chamberlain, Fernandinho und Gündogan. Gut, ist auch okay. Ich habe auf der Bank sitzen auch Oxlade-Chamberlain tatsächlich. Coutinho und Reus und mein Starter-Mittelfeld ist Wijnaldum Milinkovic-Tavic von unserem Gegner und der Rossi. Auch nicht schlecht. Im ZOM habe ich Andersson Taliska. Da habe ich keinen, weil ich habe einen kloppischen 4-3-3 und habe jetzt im Stur noch auf der Bank Dybala und Enrique. Ah ja, ich habe auf der Bank noch fürs Mittelfeld Promes und Lukas und im Sturm spiele ich mit Alexandre Pato und Firmino. Firmino hätte ich auch gern, der fehlt mir noch. Bei mir fehlt so eine Mittelstürmer-Position das ist meine Schwachstelle. Da habe ich noch nicht. Wie gesagt, ich habe Enrique, der ist aus Brasilien, der ist nicht so bekannt. Ja. Dann habe ich noch einen von Florenz und habe Arkadius Milik. Das ist jetzt noch nicht meine Top-Lösung. Ich spiele momentan deswegen ohne richtigen Mittelstürmer und meistens spielt bei mir Dybala Mittelstürmer und ich habe links Messi und rechts Neymar. Ja. Also das ist quasi mein Sturm. Messi, Dybala, Neymar. Aber ich bin noch auf der Suche. Ich wünschte mir tatsächlich auch so Bobby Firmino war geil. Lewandowski würde ich auch nehmen. Aber eigentlich bin ich jetzt dabei alle Scouts zusammen zu kaufen um mir André Bitsch zu verpflichten. Ja, die Frankfurter Mannschaft habe ich schon einmal komplett gekauft. Geht bei mir nicht so leicht. Ich muss immer diese Scheiß lose ziehen oder Scouts kaufen. Ah, das heißt du kannst quasi gar nicht diese Ingame-Währung, die du dir erspielst. Also ich kann keinen gezielten Spiel in dem Sinne kaufen, sondern ich muss mir meistens drei verschiedene und die sind richtig teuer, weil die in Auktionen versteigert werden. Scouts kaufen von meinen Game Points und kann dann quasi aber durch diesen Scout so eingrenzen, dass dann nur noch der Spieler rauskommt. Das heißt, wenn ich Toni Groß haben will, dann einen der auf Real Madrid spezialisiert ist, dann einen der auf deutsche Spieler spezialisiert ist und einen der auf zentrale Mittelfeld spiele. Aber die sind nicht so leicht zu bekommen, das mache ich nicht so oft. Ich bediene mich dann trotzdem immer diesen Weekly Aktions Packs oder Angebote von irgendwelchen Scouts. Da kannst du es halt einen Agenten, der dir die aktuellen Stars vom AS Rom bringt und da war Edin Dzeko drin, aber den habe ich leider nicht bekommen. Ich konnte nur dreimal ziehen und habe dann halt der Rossi bekommen und ich glaube Florenzi noch, aber leider ich, wie gesagt, bevor ich wirklich in die krassen Online-Turniere einsteige, brauche ich noch einen Mittelstürmer. Ja gut, das ist halt bei FIFA ein bisschen praktischer, dass du halt gezielt die Spieler kaufen kannst, wenn du halt genug von dieser Ingame-Währung hast und ich hatte Glück, bei FIFA gibt es ja diese Squad-Battle-Challenges, wo du quasi Aufgaben erfüllen musst, wo du Teams zusammenstellen musst und dafür halt quasi Free-Packs bekommst und da hatte ich in einem Pack Son drin, den ich für knapp 100.000 verkaufen konnte, in einem Philippe-Lewis und dann noch irgendwie. kannst du mir mal die Dimension so sagen, das heißt, wenn ich Hermings Son habe und verkaufe den für 100.000, an wen verkaufst du das? An den Computer oder an irgendeinen anderen? An irgendeinen anderen, der quasi den der bietet das quasi, genau. Der Preis fest oder kannst du auch 200.000 fragen? Ich kann auch 200.000 nehmen, aber der nimmt halt den günstigsten. Von allen, die angeboten werden, sinkt halt dann irgendwann mit einer gewissen Zeit der Preis. Das ist wie so ein Marktplatz quasi. Genau, wenn du dann halt rechtzeitig verkaufst oder wenn du halt Glück hast und du hast was weiß ich, irgendwie diese Spieler kriegen ja auch diese Informs, also quasi wenn die besonders gute Leistungen gemacht haben für irgendwie Vorlagen, Tore, was auch immer, dann kriegen die quasi Informs und dann sind die normalen Spieler in dem Moment nicht auf dem Markt und wenn du dann halt einen Spieler hast, kannst du den halt für mehr verkaufen, wie er sonst regulär drin ist. Und das heißt, ich kann aber gezielt sagen, ich will den und den Spieler haben. Wenn du genug Kohle hast, kannst die Spieler kaufen. Das finde ich sehr interessant, das ist natürlich ein Vorteil von FIFA, weil das Einzige, was ich noch nicht weiß, wie es geht, wenn ich nämlich dreimal den gleichen Spieler ziehe, kann ich den auch gegen einen Spieler tauschen von derselben Stärke. Ich weiß aber nicht, inwieweit ich den auswählen kann. Da bin ich gespannt. Ich habe jetzt zum Beispiel Messi zweimal. Das heißt, wenn ich jetzt noch mal kriegen würde, dann könnte ich mir einen auf derselben Stufe holen. Das müsste eigentlich heißen, ich kann mir jeden Spieler der Welt aussuchen. Müsse ich mal schauen. Ich bin weiter auf der Suche mit dem System nicht so gut aus, aber es läuft ganz gut. Dann haben wir den Teil jetzt auch noch geklärt. Im Chat wird gefordert, dass wir uns demnächst noch mal ordentlich betteln müssen, welches Spiel denn jetzt besser ist. Ich glaube, das werden wir nie abschließend beurteilen können. Jeder hat da so seine Vorlieben und Meine Meinung kennst du dies sehr, sehr klar. Ja, das ist richtig. Ich habe auch FIFA schon gespielt, das ist wirklich nicht so, dass ich es nicht gespielt hätte. Es ist halt, wenn ich Pro Evolution spiele und wirklich krass fokussiert bin auf diese Ingame-Physik und auf den Realismus im Spiel, den die Bewegungen der Spieler haben, den den Spielablauf hat, da kommt für mich FIFA mit keiner einzigen Version an Pro Evolution ran. Allein die Engine, das ist halt einfach so, aber es ist wahrscheinlich, wie du sagst, wenn man das gewöhnt ist. Für mich, wenn ich FIFA zum Beispiel zocke, wirkt das sehr, sehr hölzern. Ja, ist es auch im Vergleich, aber du hast natürlich halt bei FIFA wiederum den Vorteil, dass du halt diese ganzen Spielmodi und Lizenzen und Kram drumherum hast, was halt auch nochmal so eine ganz eigene Atmosphäre ist. Das meine ich, das muss ich sagen, also die Menüs und das drumherum auch einige dubiose Sachen, wo du gar nicht am ersten Blick weißt, was du schalten musst. Da ist diese EA Sports Menü Things, die Menüdinger, die sind natürlich besser. Da bin ich bei dir. Deswegen habe ich mir eigentlich immer gewünscht, dass sie das irgendwann zusammenschmeißen, aber es ist wahrscheinlich nicht so. Ich glaube trotzdem, dass FIFA irgendwie Pro Evolution irgendwann fressen wird. Das ist schade, aber gut, irgendwas werden die mit dieser Spielengine und mit dieser Ballphysik noch anfangen können, weil dann soll EA sich das halt kaufen, weil das kriegen die scheinbar nicht gebacken. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Ich kenne mich natürlich nicht in dem Programmieren aus, aber das irgendwie über die Jahre mal zu denken, okay, wir haben das bessere Drumherum und jetzt ballern das selbe Ding auf dem Platz wie die anderen. Das wäre das Ideale. Stell dir mal vor, du hättest eine Kombination aus dem Drumherum von FIFA und von In-Game-Dings von Pro Evolution. Das wäre das ultimativste Fußballspiel aller Zeiten. Physiktechnisch hat sich in dem FIFA-Teil jetzt nicht so wahnsinnig viel getan im Vergleich zu vorher. Die Abschlüsse sind ein bisschen schwieriger geworden, was gerade für so Nicht-Profispieler wie mich natürlich dann nochmal irgendwie ein Vorteil ist, weil die anderen natürlich auch ein bisschen Zeit brauchen, um da irgendwie reinzukommen. Aber ansonsten ist das natürlich von der Spielphysik meilenweit weg von dem, was Pro Evo da auf den Platz bringt. Aber ja, ich glaube, das ist halt wirklich so Geschmacksgeschichten, die du halt nie irgendwie aufgedröselt bekommst. Das ist wie mit Rosenkohl. Die einen mögen ihn und die anderen verteufeln ihn. Das wirst du auch nie im Leben gelöst bekommen. Und in welchem Team bist du? Bei Rosenkohl? Ja. Großartig. Ich liebe Rosenkohl auch. Das ist mein Lieblingsgemüse. Hervorragend. Ja, siehst du mal. Sehr gut. Dann kommen wir doch noch zueinander. So, dann gehen wir. Das ist doch ein schöner Abschluss. Das ist ein schöner Abschluss. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, weil wir müssen ja noch die 43 Hundewelpen in den Häcksler stecken. Da würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir bedanken uns für all den Support und vor allen Dingen auch für die ganzen vielen Menschen, die hier im Chat schon wieder aktiv waren, auch wenn wir diesmal an einem Montag und nicht an einem Dienstag aufgenommen haben. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, eine schöne Länderspielpause. Wir wissen, es ist anstrengend und es ist ungewohnt und es kommt jetzt irgendwie zu einem blöden Zeitpunkt vielleicht, aber genießt es. Genießt die Ruhe. Wir melden uns in der nächsten Woche wieder und werden einen Ausblick wagen auf die Spiele, die da kommen und dann kommt ja auch schon wieder so einiges. Und von daher würde ich sagen, mach es. Scheiß Fortuna, die sind da. Hey! Hey! Es geht an der Frankfurt! Hey! 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 Es geht an der Frankfurt! Hey! 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 Es geht an der Frankfurt! Hey! 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 Es geht an der Frankfurt! Hey! 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 Es geht an der Frankfurt! Bis zum nächsten Mal.